Ich hab so viel Geld, ich sehe sogar Ufos. Wir fahren trotzdem noch fort. Letztes Mal hab ich mir beide Arme gebrochen, wie ich mein Geld tragen wollte. Das würde ich mal sagen, Luxus pur. So sind wir halt nicht, wir gehen auch großzügig aus. In Nachtclubs, für Drogen, aber egal, völlige Kontrolle, würde ich da mal sagen. Auch wenn man Geld hat, kann man sparsam sein, ne? Ist ja so ein Klischee, dass der reiche Sack so auch immer geizig ist. Amir ist auf Panama, eigentlich wollte er woanders hin. Rain bastelt jetzt seine Beats auf Madagascar. Also ich will mal sagen, auch wenn man Geld hat, kann man sparsam sein, ne?